Freunde, jetzt, was soll ich das sagen, Alter? Jetzt kommen wir zum nächsten großen Thema. Jetzt, jetzt, liebe Leute, jetzt wird es, jetzt wird es eigentlich auch ein bisschen unschöner, okay? Jetzt wird es wirklich unschön und ich habe echt überlegt, ob ich dieses Thema in der Öffentlichkeit besprechen möchte und ich bin zu einem Entschluss gekommen, dass ich das machen muss, definitiv, weil ich die Art und Weise, wie mit diesem Thema umgegangen wird, einfach nicht gut heißen kann. Und ich bin auch kein Samariter oder sonst irgendwas, aber das sollte nicht so funktionieren, wie sich Ruth und Sinan das vorgestellt haben. Und deswegen habe ich mich wirklich auch dazu entschlossen, unter anderem auch mal über diese ganze Thematik zu sprechen. Die Geschichte, die gibt es ja schon jetzt ein bisschen länger. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt so alles nochmal von vorne so, ich will das jetzt auch gar nicht alles von vorne beginnen. Ich würde sagen, dass wir einfach mit dem Sinan-G-Statement anfangen und wir mal gucken, was er zu der Sache zu sagen hat. Es gibt gewisse Vorwürfe stehen im Raum, die müssen wir jetzt auch nicht nochmal alle von vorne beginnen oder ich will das jetzt hier wirklich nicht nochmal alles vom Punkt 1 irgendwie an nochmal durchkauen. Ich denke mal, jeder von euch hat mittlerweile mitbekommen, was Phase ist, jeder kennt die Vorwürfe, jeder kennt das Material, jeder kennt Audiodateien, Videodateien, was auch immer. Jeder kennt wahrscheinlich alle möglichen Statements. Es gibt, ich denke mal für mich persönlich, wie ich es mitbekommen habe, gibt es vier große Protagonisten, die sich sozusagen jetzt auf zwei verschiedenen Seiten bewegen. Wir haben einmal Sinan, der als Betroffener ein Statement gebracht hat. Wir haben seinen Bruder Ruth, der wirklich auf aller, 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 aller tiefstem Niveau versucht, hinter Sinan aufzuräumen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Ali Osman, den ich nicht kenne, zu dem ich auch keinen Kontakt habe, der sich sozusagen mit der angeblichen Ex-Freundin getroffen hat, die dann sozusagen nochmal kundgetan hat, was da passiert sein soll. Und ich spreche extra im Konjunktiv, weil alle möglichen Leute da draußen sind jetzt plötzlich Juristen geworden. Und natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber auch auf die Unschuldsvermutung werden wir ja zu sprechen kommen. Gerade was mich betrifft, ist glaube ich auch Ruth einer der Ersten, der sehr, sehr gerne auch die Unschuldsvermutung einfach mal komplett nach hinten runterfallen lässt. Und als vierte Größe in dieser ganzen Struktur würde ich noch Bösemann benennen. Und Bösemann hat mit mir gar nichts zu tun, ich habe nichts mit ihm zu tun. Ganz im Gegenteil, in meiner Wahrnehmung war es so, dass er sich meist negativ über mich geäußert hat. Er hat mich wahrscheinlich auch mit Begriffen tituliert, die einfach in Mode gekommen sind, die aber natürlich auch voll für den Arsch sind, die wirklich überhaupt keinen wirklichen Inhalt haben. Also diese ganzen Zinker-Geschichten und so ist völliger Quatsch, bis heute völliger Quatsch. Und der einzige Punkt, warum Leute das immer noch sagen, ist, dass es halt so eine starke Fraktion geworden ist, die sich da zusammengeschlossen hat, die eine Agenda hat und zwar mir zu schaden. Aber ich bin auch heute nicht das Thema. Heute geht es, wie gesagt, um eine andere Geschichte. Deswegen, also weder mit Ali Osman noch mit Bösemann habe ich Kontakt. Ganz im Gegenteil. Es sind auch eher wahrscheinlich Menschen, die sich negativ über mich geäußert haben. Aber ich finde, vor allem Bösemann hat sich sehr, sehr stark und sehr fokussiert und sehr lau und auch korrekt geäußert in dieser ganzen Thematik. Und deswegen möchte ich da auf jeden Fall die Geschichte auch nochmal kurz dann reacten. Aber wir fangen jetzt mal an mit dem Sinan-G-Statement. Okay? So, wo ist das hier? So, warte mal. Zack, zack. So. Da sind wir doch schon auch gleich auf der Seite. Leute, wir werden uns jetzt, wer Ali Osman vertraut und glaubt, ist sowieso verloren. Ja, noch einmal. Es geht gar nicht um die Person Ali Osman. Und auch er wird natürlich noch niemals in seinem Leben immer zu 100 Prozent immer alles korrekt gemacht haben oder so. Aber hier geht es um andere Dinge. Und ich glaube, diese gesamte Geschichte abzutun einfach nur, weil Leute jetzt behaupten, ja, so ein Ali Osman und so, der ist eh einer, der alles irgendwie hier irgendwie manipuliert und bla 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 und so. Oder wie auch Bruce gestern so getan hat, so nach dem Motto, ja, böse Mann, wer ist denn ein böse Mann? Das ist doch nur ein Eierkopf und bla bla bla. Aber genau das ist ja die Taktik. Und ich muss an dieser Stelle wirklich noch einmal sagen. Sinan, ich habe das Statement schon gesehen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Aber das, was Sinan dort sagt, meine Meinung, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass das einfach das ist, was Sinan wirklich so spontan gesagt hätte. Ich weiß auch von gewissen Leuten, dass das nicht auch das ist, was er selber einfach jetzt gesagt hätte, wenn man ihn gefragt hätte dazu. Und deswegen ist das auch schon sehr manipulativ, was hier gleich passieren wird und was ihr hier gleich sehen werdet. Und Bruce setzt ihm natürlich allen noch die Krone auf. Also Bruce, man mag von ihm halten, was man möchte. Man kann seine Witze über ihn machen. Ich selber bin so weit weg in Sachen Sympathie von Bruce, wie es auch nur sein kann. Ich verabscheue diesen Menschen einfach sowas von. Aber er ist eine sehr, sehr schlaue linke Bazille. Und deswegen denke ich, müssen dann auch einfach mal Leute mit einer größeren Reichweite hier mal ganz kurz dieses Thema anschneiden, weil sonst ist das Ding einfach auch morgen wieder weg. So, also fangen wir mal an. Das ist ja schon mal eigentlich eine gute Sache. Ich meine, jemand, dem irgendetwas vorgeworfen wird, egal was es ist, ja, hier ist natürlich eine ganz besonders ekelige Sache, dass man sich hinsetzt und ein Statement oder dass man seine Meinung dazu kundgeben möchte, ist natürlich erstmal cool, sage ich auch ganz ehrlich. Und ich hasse Sinan, okay? Ich hasse ihn wirklich. Ich habe keinerlei Sympathie für ihn. Aber auch ich versuche jetzt das, was er hier gleich sagen wird, auch neutral zu bewerten und einfach so meinen Ekel vor diesen beiden Brüdern halt einfach mal wegzulassen und versuche wirklich das, was er sagt, neutral zu betrachten. Ich glaube, ich kann das, weil wenn nicht, dann hätte ich mich schon tausendmal äußern können oder vielleicht sogar müssen auf die ganzen Fitner-Geschichten, die er und sein Bruder da fabrizieren und sowas alles. Aber wie gesagt, ich mache das hier nicht, weil ich irgendwie einen Hass auf ihn habe oder ihm irgendwas nicht gönne oder sonst irgendwas. Ich versuche euch wirklich das, was er hier sagt, nochmal irgendwie zu erklären, weil es sonst einfach genau anders rüberkommt, als es eigentlich ist. Und dazu kommen wir aber gleich. Die Lage hat sich in den letzten Tagen sehr hochgeschaukelt, sehr hochgekocht. Bezüglich der Nacktaufnahmen, Tonmitschnitte mit meiner damaligen Affäre. So, das ist schon mal der erste Punkt. Wenn es wirklich ein Statement hätte werden sollen, ein Statement, wie es jetzt eigentlich auch sein hätte müssen, dann hätte er jetzt nicht gesagt oder gar nicht sagen dürfen, dass es hier um irgendwelche Nacktbilder, Nacktvideos, irgendwelche Penetrationen, die er sich selber zugefügt hat und so. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, in dieser ganzen Problematik ging es nie irgendwie darum, dass er unvorteilhaft irgendwie aufgenommen wurde. Dass er die Dinge damit sich selber gemacht hat, das wissen wir schon lange. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, es ist natürlich jetzt für ihn sehr beschämend, aber letztendlich, was jemand in seinem Schlafzimmer macht, mit Menschen, die sich da freiwillig darauf einlassen, es ist deren Sache. Das geht niemandem von uns irgendetwas an und ich habe da auch gar kein Problem mit, weil es ist mir einfach egal. Okay, und wir sind so viele Menschen auf dieser Welt und ich will gar nicht wissen, was alle möglichen Menschen da irgendwie machen, wenn sie sich mal irgendwie eine gute Zeit geben wollen. Es geht halt einfach, dass es in diesem Bereich aber trotzdem einige Dinge gibt, die nicht sein sollten und das geht nicht um nackt in der Badewanne sich da irgendwie selbst zu befriedigen. Es geht noch nicht mal darum, sich da irgendwie was in seine Körperöffnungen einzuführen. Das ist völlig egal. Das sorgt letztendlich dafür, dass Leute Witze machen und ha 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 und Silversurfer und pipapo, ja, okay, da kann man drüber lachen, aber das ist nicht das Problem. Okay, und deswegen ist es jetzt schon in den ersten 30 Sekunden so, dass er komplett einfach etwas sagt, was überhaupt gar nicht hier zur Debatte stehen sollte, weil es geht hier nicht um seine Nacktaufnahmen, es geht nicht um seine Videos oder sonst irgendwas. Es geht um ein ganz bestimmtes Thema und das ist das einzige Thema, zu dem er ein Statement hätte bringen sollen und fertig. Die über einen längeren Zeitraum mit mir, als ich was mit ihr hatte, das halt heimlich ohne mein Wissen aufgenommen hat. Ja. Naja, da ist der nächste Punkt, also was natürlich auch psychologisch und ihr müsst es wirklich einsehen. Ich glaube, viele von euch würden es gar nicht raffen, das ist jetzt kein Front an euch, aber das ist natürlich genau die Schiene, die auch ein Ruse und auch Sinan versuchen zu fahren. Es steckt wirklich sehr viel mehr dahinter. Alleine, dass er sozusagen die vermeintliche Dame, die sich dazu geäußert hat, ja, ob sie es ist, weiß ich nicht, aber dass sie direkt erstmal gleich als Affäre, zur Affäre dekradiert wird. Okay, so. Das ist psychologisch sehr, sehr wichtig, weil eine Affäre ist ja nur eine Affäre. Eine Affäre ist viel weniger als eine Ex-Freundin, ja. Noch viel weniger als eine Freundin und noch viel weniger als Ex-Frau oder Ehefrau, so. Und dass sie natürlich, diese Dame hier als Affäre betitelt wird, ist sehr schlau von denen, beziehungsweise, was heißt schlau, es ist gewollt und soll natürlich gleich am Anfang auch zeigen, diese Frau ist nicht viel wert. Also nicht falsch verstehen, aber das steckt sozusagen dahinter. Was soll ich euch sagen? Scheibchenweise von damals bis heute immer wieder was rausgehauen hat und mich in eine Ecke gestellt hat, mich dargestellt hat, in der ich überhaupt nicht reingehöre. Naja, ich sag mal so, das ist natürlich auch so ein Punkt, ähm, andersrum. Er bezieht sich ja hier gar nicht so sehr auf den Vorwurf, äh, auf die, auf die Nichte. Ob sie jetzt um zwei Jahre alt ist oder vier Jahre alt ist, so, das sei jetzt auch erstmal dahingestellt, macht's, also ist gar keinen Unterschied. Ähm, er bezieht sich auf die Videos und Aufnahmen, die seine angebliche Nur-Affäre getätigt hat und sagt, dass er dadurch in eine Ecke gedrängt wird, in die er nicht gehört. Bro, du musst zwei verschiedene Sachen sehen. Wenn es nur um die Videoaufnahmen geht, wenn es nur darum geht, wie du nackt in der Badewanne sitzt oder wie du nackt irgendwo anders sitzt oder ob du nackt bei Tobias im Hotelzimmer warst oder ob du wieder irgendwo nackt dir irgendwas eingeführt hast, ja. Dann gehörst du schon genau in die Ecke, weil du machst das, okay. Und es ist so weit genommen erstmal nur darauf bezogen auch nicht schlimm, okay. Aber du bist jemand, der sich wahrscheinlich permanent vor Kameras, ich meine, das kannst du ja auch mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner halt auch einfach privat machen. Vielleicht lag es natürlich auch daran, dass du halt irgendwie im Gefängnis warst lange Zeit und deswegen musstest du halt irgendwie über ein Telefon machen oder über FaceTime oder sonst irgendwas. Aber du bist halt jemand, der das macht und deswegen gehörst du auch in diese Ecke. So, ganz einfach. Das hat nichts mit dieser anderen Ecke zu tun, die du, glaube ich, meinst. Und da ist das schon wieder der erste Punkt. Er sagt, dass er nicht in eine Ecke gehört, obwohl er über Dinge spricht, die gar nicht sozusagen auf die Nichte bezogen sind, ja. Also er sagt, er gehört nicht in die Ecke, nur weil diese Videos hier irgendwie aufgetaucht sind. Bro, darum geht es nicht. Aber das weißt du auch. Es ist für mich überhaupt nicht einfach, hier zu sitzen und mit euch so darüber zu reden, weil es ist wirklich immer noch ein sehr sensibles Thema. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm safe. Ja, dass es ihm unangenehm ist. Das glaube ich ihm sogar safe. Auch wenn ich keine Sympathien für ihn habe, ja, dass es nicht cool ist. Ja, okay. Das nehme ich ihm ab. Es geht immer noch um so Nacktaufnahmen, so wo man mich nackt sieht und so. Und das ist wirklich nicht einfach für mich. Richtig, glaube ich ihm. Noch schwerer ist es einfach, damit ihr es mal versteht, was überhaupt so abgeht. Also auch im Hintergrund. Also man hat mich versucht, mit diesen Nacktaufnahmen einfach über einen längeren Zeitraum einfach zu erpressen. Okay, wenn das so ist, auch nicht cool. Ja, auch überhaupt nicht cool. Letztendlich, wenn jemand eine uncoole Sache macht, heißt es nicht, dass ein anderer dann befugt ist, demjenigen auch etwas Ungutes oder Uncooles anzutun. Ich kann diesen Vorwurf nicht aus der Welt schaffen. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Deswegen muss ich das jetzt einfach so nehmen. Falls man ihn wirklich versucht hat, damit zu erpressen, dann ist es auch keine coole Sache. Ja, also es ist nicht einfach und man hat versucht, über mehrere Monate, über mehrere Jahre immer wieder ein Stückchen von den Aufnahmen zu nehmen und immer wieder zu spreaden und immer wieder an mich heranzutreten mit irgendwelchen Sachen. Naja, der Punkt ist ja der, wenn man denn versucht haben sollte, ihn zu erpressen, dann hätte er ja auch eigentlich sagen können, was die Leute damit bezwecken wollten. Also was wollte man denn von ihm erpressen? Ja, also was hat man denn gefordert? Meistens ist ja so, du gehst irgendwo hin, du sagst, pass mal auf, wenn du mir, ich sag jetzt mal, kein Geld gibst, dann mache ich das und das. Oder ich habe halt, wie gesagt, irgendwie ein Video, das zeigt dich irgendwie dabei, wie du dir halt ein Metalldilde irgendwie einführst und so. Und wenn du, ich sag jetzt mal, mir kein Geld gibst, dann werde ich das veröffentlichen. Das ist so eine klassische Erpressung. Deswegen fehlt mir so ein bisschen der, der, also das, was erpresst werden sollte. Okay, das ist ja so ein bisschen das Thema. Und das hätte er oder könnte er ja sagen, ohne Grund. Das ist ja sozusagen auch noch sozusagen entlastend für ihn. Ja, also wenn zu mir einer kommt und mich erpresst und ich mich irgendwann offenbare und sage, pass mal auf, ja, derjenige wollte von mir irgendwie Geld oder dies oder das. Ich meine, ich habe es an meinem eigenen Leib schon erfahren. Dann kann man das ruhig sagen, ohne dass man irgendwie sich schämen müsste. Ja, und in seinem Fall ist es ja so, wenn es ja wirklich nur irgendwie darum ging, ihn zu erpressen und man irgendwie Geld von ihm wollte. Oder selbst wenn man von ihm wollte, dass er irgendwie nie wieder Musik macht oder irgendwie nie wieder auf Twitch live geht oder so, dann könnte er das sagen und ich glaube, das würde es auch um einiges, vielleicht auch ein bisschen verständlicher machen. Aber gut, auch das soll jetzt erstmal eigentlich auch nicht das Thema des Statements sein. Aber er macht es zum Thema und deswegen schauen wir mal weiter. Und dieses Spiel habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du was, das mache ich nicht mit, ich lasse mich nicht erpressen. Das würde ja auch wiederum bedeuten, wenn er dann irgendwann das Spiel nicht mehr mitgespielt hat, dann hat er sich ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit erpressen lassen. Okay, auch das hätte er sagen können. Beziehungsweise natürlich dann auch gegen denjenigen vorgehen und sagen können, ey, pass mal auf, keine Ahnung, XYZ hat mich über längere Zeit rum erpresst und das und das ist daraus resultiert. Das Auto ist raus, dann habe ich es hinter mir. Jetzt sitze ich da und ihr kennt so Nacktaufnahmen von mir, das ist natürlich peinlich. Ja, glaube ich. Aber für mich ist das sehr peinlich, klar. Ja, für uns ist das auch nicht gut. Aber es ist halt, wie es ist. Ja, es ist, wie es ist. Die Situation, also die Lage ist eigentlich wie vor einem Jahr. Es ist dasselbe Thema. Damals sind wir quasi den rechtlichen Weg auch eingeschlagen. Nur das Problem war, liebe Friends, dass wir die nötigen Informationen über meine damalige Affäre nicht hatten. Okay, das ist jetzt schon mal der erste große Punkt. Nicht der erste große Punkt, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch gleich am Anfang dachte, Moment mal ganz kurz, liebe Friends. Also das ist ja wirklich anscheinend echte Bullshit. Also wenn er sagt, dass es seine Ex-Affäre war, okay, dann bleiben wir einfach mal dabei. Ich meine, er gibt die Worte vor und wir richten uns danach. Also wer bin ich, dass ich jetzt plötzlich behaupte, hey, du musst sagen, es ist deine Ex-Freundin, alles klar. Wenn er sie nur Affäre nennen möchte, dann bleiben wir dabei. So soll es sein. Nichtsdestotrotz, ja, aber schon über einen längeren Zeitraum. Ja, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber schon länger als irgendwie nur von heute auf morgen. Das war auch wahrscheinlich kein One-Night-Stand. Deswegen glaube ich ihm jetzt schon mal nicht, dass er sagt, wir haben letztes Jahr schon irgendwie Schritte eingeleitet. Es ist eher nicht dasselbe Thema, aber heute ist es halt ein bisschen anders, weil wir haben halt jetzt Informationen über meine Ex-Affäre, die wir damals nicht hatten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du heute schlauer bist als vor einem Jahr. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nur, dass du und dein Bruder einfach jetzt erkannt habt, dass es diesmal aber wirklich eben nicht unter den Teppich zu kehren ist. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was sich in dem Sinne verändert hat. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Informationen über deine Ex-Freundin oder Ex-Affäre, dass die jetzt heute plötzlich da sind und die waren letztes Jahr nicht da. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das macht auch keinen Sinn in der Abfolge. Das ist Quatsch. Es gab nicht alle Infos. Also das heißt, wir hatten nicht alle Infos über sie. Doch heute hat sich das geändert. Alle Infos über sie, sehr vage. Deswegen, wenn es reine Infos sind, von denen ich irgendwie ausgehe, dann ist das Quatsch, was sie gerade erzählt. Also jetzt nicht heute, sondern im Laufe der Zeit hat sich das aber geändert. Diese Person ist namentlich, Adresse, alles bei der Staatsanwaltschaft. Das ist ja wieder der nächste Punkt. Namentlich und bla bla bla. Ich meine, Bro, du hast wahrscheinlich letztes Jahr auch schon ihren Namen gekannt. Die Adresse ist nicht dein Problem. Wenn du jemanden bei der Polizei anzeigst, aufgrund einer Straftat, die man dir angetan hat, dann musst du der Polizei die Adresse nicht liefern. Wenn du natürlich die Adresse hast, Wohnanschrift und Meldeadresse, das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst ja praktisch an einer Adresse gemeldet sein. Wohnen tust du aber woanders. Wenn du dann natürlich irgendetwas hast, dann kannst du das gerne natürlich bei Aufgabe der Anzeige mitteilen. Aber Sinan, soll ich dir jetzt glauben, dass du jetzt mehr über sie weißt, als vor einem Jahr, was so Wohnung, Name etc. betrifft? Ich weiß es nicht, Alter. Wir sind dagegen hochgradig vorgegangen. Auch gegen ein, zwei YouTuber, die natürlich aktuell da auch in den letzten Wochen viel Welle gegen mich gemacht haben. Und auch Unwahrheiten verbreitet haben. Gegen diese Leute wurde auch rechtlich, wie sagt man, wurde auch rechtlich vorgegangen. Ich kann euch mal jetzt hier ganz kurz mal direkt auch... Ja, der Punkt ist ja der, er versucht ja jetzt schon mal diesen Vorwurf zu relativieren, nur weil sie angeblich vollkratsrechtlich dagegen vorgegangen sind. Also das ist natürlich auch wieder psychologisch sehr schlau, sich so darzustellen, dass das, was die Bösen gemacht haben, das ist nur so klein. Und wir haben so viel, so viel dagegen gemacht und es ist viel krasser, als was die uns vorwerfen. Das ist natürlich schon wieder alles ein bisschen auch nicht so dumm. Aber wie gesagt, jemand mit ein bisschen Grips im Hirn, der bekommt natürlich mit, dass es ja auch Quatsch ist, was der da erzählt. Also das heißt rechtlich vorgegangen. Also hast du sie angezeigt? Ja, rechtlich vorgehen gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Erstmal gibt es zivilrechtlich, strafrechtlich. Dann ist die Frage, hast du jemanden Konkretes angezeigt aufgrund einer Straftat? Oder hast du jemanden abgemahnt oder irgendetwas? Das ist ja so schwammig, was er da sagt. Das ist ja wirklich, also... Abschnitt abbilden, da könnt ihr einmal ganz kurz mal reinschauen. So, das ist ein Beschluss vom Landgericht. So. Und jetzt kommen wir schon zum ersten großen Beweis, ja, mit dem er natürlich jetzt versucht, das alles so darzustellen, dass das natürlich alles so glasklar ist, dass er sogar vom Landgericht, wobei die wenigsten natürlich den Unterschied zwischen Amtsgericht und Landgericht kennen, aber Landgericht hört sich natürlich krasser an, ist natürlich auch in der, ich sag mal, in dieser Behördenhierarchie steht das Landgericht über dem Amtsgericht. Ja, okay, das scheint er auch zu wissen, sonst würde er dieses Thema Landgericht gar nicht großartig thematisieren. Und hier sieht man, es geht hier um eine Zwangsvollstreckungssache, Leute. Okay? Behaltet das mal bitte im Hinterkopf. Also kein Brief von meinem Anwalt, sondern vom Landgericht. Also wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Spaß mehr. Es wurde ein Ordnungsgeld verhängt. Ja, dann muss er natürlich auch nochmal erklären, dass dieser Brief natürlich nicht nur von seinem Anwalt ist, weil das ist ja klar, dass sein Anwalt auf seiner Seite ist. Er tut so, weil es vom Landgericht kommt, ist es natürlich total legit und bockgras und die würden ja nicht irgendwas schreiben und so, ne? So, und wir haben hier schon mal ganz wichtige Sachen. Wir haben hier einmal Sinan als Gläubiger und hier jemanden als Schuldner. Okay? Es geht hier um jemanden, der jemandem etwas schuldet. Okay? So. Weil die besagte Person offenkundig lügt, Fake-Interviews macht und Lügen verbreitet. Das ist falsch. Das ist wiederum eine Lüge von Sinan. Es ist nicht, weil eine Person offenkundig lügt oder Fake-Informationen verbreitet. Okay? Abgemahnt werden kann man, wenn man etwas behauptet und wenn man jemandem unterbieten oder verbieten lassen möchte, etwas nicht mehr verbreiten. Es ist beispielsweise so, das ist so Daily Business, ja, wenn jemand in der Zeitung, ja, irgendwie irgendeinen Quatsch schreibt, von wegen, keine Ahnung, Bushido ist nach, keine Ahnung, Brasilien ausgewandert, dann ist das falsch. Dann gehe ich zum Gericht, dann sage ich, hier pass mal auf, hier ist die falsche Behauptung, so ist es nicht. Ich lebe nicht in Brasilien, ich lebe in Berlin, ich lebe in Dubai, was auch immer. Und dann wird da ganz schnell auch ein Beschluss erlassen und dann wird demjenigen untersagt, das hat nochmal zu verbreiten. Und in diesen Fällen ist es meistens so, dass es sich auf eine Falschinformation bezieht. Also der Fehler in dieser Information ist, dass ich eben nicht in Brasilien lebe. Hier ist es eine ganz andere Sache. Hier ist dieser Beschluss festgesetzt worden und jetzt warten wir mal kurz ab. Ich hoffe, der wird jetzt nicht gleich ausgeblendet. Das ist erst die erste Instanz und geht weiter bis zu 250.000 Euro. Das ist jetzt ein Brief oder ein Schreiben von mehreren. Ich kann jetzt nicht alles einblenden, aber hier habt ihr jetzt einen Einblick mal gehabt, dass da schon gearbeitet wird und auch schon vom Gericht schon einen Beschluss gibt und auch dagegen weiterhin vorgegangen wird. So, das passiert, wenn jemandem etwas untersagt wird. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel und vor allem auch, weil es auch Ruth betrifft. Ich habe einen Song rausgebracht. In diesem Song nenne ich ihn oder beide, ich möchte das hier nicht sagen, weil ich darf es nicht mehr sagen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich darf das, was ich mal gesagt habe oder gerappt habe, darf ich nicht mehr verbreiten. Wenn ich dieses Wort in diesem Zusammenhang jetzt sagen würde, dann würde genau dasselbe passieren. Dann würde wiederum Ruth und oder Sinan zum Gericht gehen und sagen, hier, pass mal auf, wir haben einen Beschluss. Bushido wurde untersagt, ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz oder eine Äußerung zu tätigen. Er hat es wieder gesagt und deswegen möchten wir ein Ordnungsgeld beantragen. Das Ordnungsgeld wird beantragt und das Gericht setzt das Ordnungsgeld fest. Man kann eine Empfehlung aussprechen, aber letztendlich ist das Gericht die einzige Instanz, die das Ordnungsgeld beantragt bzw. festlegt. Und hier ist es folgendermaßen, hier ging es nicht darum, dass eine falsche Behauptung praktisch in die Welt gesetzt wurde oder das gelogen wurde. Hier wurde ein Wort benutzt und dieses Wort war so schwerwiegend für Sinan, dass das Gericht gesagt hat, dieses Wort darf nicht mehr in Zusammenhang mit Sinan benutzt werden und zwar auf den Herren dort. Ich glaube, das ist Ali Osman, der das hier ist, wenn ich mich recht... Also wenn ich... Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, das hier ist Ali Osman. Das heißt, in dem Video von Ali Osman gibt es sozusagen die zweite Seite des Beschlusses und dort steht das Wort, das er nicht mehr hätte sagen dürfen und er hat es einfach weiter gesagt bzw. hat diese betreffende Datei nicht runtergenommen und das Gericht hat festgelegt, dass er 2000 Euro Ordnungsgeld zahlen muss. Okay, so. Also diese 250.000 Euro bis zu 250.000 Euro, das ist so eine AGB, das steht in jedem Urteil drin, in jeder Sache steht das drin. Also diese 250.000 Euro macht die Sache auch nicht schlimmer. Okay, er sagt das so nach dem Motto, ja boah, das ist so krass, dass er sogar 250.000 Euro zahlen müsste theoretisch. Bullshit, das ist Standardtext, das steht überall drinne. Und hier könnte, wenn das jetzt Ali Osman sein sollte, könnte er ersatzweise auch acht Tage ins Gefängnis gehen, weil er würde dann pro Tag 250 Euro abgezogen bekommen. Wenn er das nicht zahlen will, muss er in den Knast. So, Friends, das war jetzt zum Beispiel einer der Klagen, die wir gemacht haben. Gut, Klage würde ich es jetzt nicht nennen. Im Endeffekt ist es so, dass er schon in den ersten drei, Bayern fast vier Minuten, anstatt ein Statement abzugeben, zu der Sache, die ihm ja wirklich vorgeworfen wird, zu der er sich normalerweise hätte äußern sollen, hat er das erste, was er gemacht hat, einfach eine Seite eines, keine Ahnung, Beschlusses gezeigt, ja, in dem Ali Osman zu 2.000 Euro irgendwie verurteilt wurde und versucht das so als offizielles Dokument zu zeigen, so nach dem Motto, seht ihr, ja, wir sind im Recht und alle anderen außer uns sind Lügner und das Gericht hat das sogar so hier festgestellt. Bullshit. Bullshit. Wo derjenige auch eine Strafe zahlen muss. Und, ähm, ja, wir haben selber alles an dieses Material, haben wir selber auch den Anwalt gegeben. Wir haben über den Anwalt mit dem Staatsanwalt, ähm, uns in Verbindung gesetzt, damit eine riesengroße Anzeige auf die schuldigen Personen, wie sagt man, zukommt. Okay, eine riesengroße Anzeige. Also ich kann mich nicht erinnern, äh, dass eine Anzeige irgendwie irgendein Größenmaß hat, ja, es gibt keine kleine Anzeige, es gibt keine große Anzeige, es gibt keine mittlere Anzeige, es gibt keine riesengroße Anzeige, es gibt einfach nur eine Anzeige, so. Und, ähm, wenn jemand angezeigt wurde, dann ist es völlig in Ordnung, ja, und dann muss man abwarten, was dabei rauskommt, aber auch hier wird wieder so getan, als weil es eine riesengroße Anzeige, ja, und deswegen haben die anderen gar keine Chance, weil wenn die recht hätten, dann könnten wir ihnen keine riesengroße Anzeige reindrücken. Auch komisch. Also es ist wirklich nicht einfach für mich, Franz, weil es ist unfassbar für mich so, ne, also. Das, noch einmal, ist das Einzige, ähm, das Einzige, was ich ihm abkaufe, ist, dass es sehr schwer für ihn ist, definitiv. Ich will jetzt nicht mutmaßen, warum ich sagen würde, dass es ihm schwerfällt, aber, ey, das ist nicht cool, das ist nicht cool und das glaube ich ihm auch, ja, ich glaube es ihm. Aber, die Sache ist die, ist es wirklich Reue oder ist es einfach nur Scham, weil irgendwie Leute ihn jetzt auf der Straße ansprechen, so mit Silversurfer oder so. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, aber das ist nicht meine Sache, aber ich glaube mir schon, dass es sehr unangenehm fehlen ist, ja. Die Anschuldigungen sind sehr, äh, sehr groß und viele von den Leuten da draußen, die haben, wenn, also wenn ihr selber beobachtet, wenn ihr selber guckt, wer mit wem, wer schießt gegen mich plötzlich und. Auch das wiederum, das ist der nächste Punkt. Sinan, es geht an dieser Stelle nicht, wer mit wem und wer gegen wen schießt, okay. Es geht nicht darum, wer mit wem und es geht auch nicht darum, dass du das jetzt so drehen musst, so nach dem Motto, ja, guck mal, das sind ja eh nur alles Leute, die was gegen mich haben, deswegen ist es ja klar, dass sie gegen mich schießen, deswegen ist es ja auch so, dass sie auch gegen mich schießen, äh, vor allem, weil ich ja auch unschuldig bin und da nichts dran ist und so, nur weil es die Leute sind, die was gegen mich haben, Bro. Also, wenn wir so reden wollen, ich meine, was du, dein Bruder und dein, dein Busenfreund Flair und all die anderen im Background seit Jahren gegen mich, meine Frau und meine Kinder machen, okay, so, das kann man nicht als neutral bewerten. Deswegen hör bitte auf, jetzt hier so zu tun, als hätten sich Leute verschworen, die dich nicht leiden können und nur deswegen gegen dich schießen, darum geht es hier nicht, okay. So, und viele Leute, die ich auch mitbekommen habe, auch Bösemann etc., ja, die haben sich auf den Vorwurf bezogen, die sagen nicht, dass sie persönlich was gegen dich haben oder dir irgendwas nicht gönnen oder dich irgendwie mundtot reden wollen, die sagen, ey, Bro, wir haben mit diesem Vorwurf ein Riesenproblem und deswegen behandeln wir dieses Problem, okay, so. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, Alter, warum tust du jetzt so, als wäre es sozusagen nur, ähm, als wäre es, äh, so, mach WhatsApp aus, ja, okay, sorry, äh, deja, Alter, hier, ist aus. Warum tust du jetzt nur so, als wäre das alles nur ein, ein Komplott gegen dich, Bro, bitte. Wer will wirklich Kinderschutz oder Kinderschützen, ja, also geht es, geht es wirklich um Kinderschutz? Ich sag mal so viel, was jeder Einzelne, der sich momentan äußert, ob jetzt so offiziell, weil er bekannt ist oder irgendwie anonym oder was auch immer, ich kann nicht für jeden Einzelnen sprechen und ich weiß nicht, welches Motiv jeder Einzelne haben könnte. Ich glaube auch, dass du, Sinan, viele, viele Nachrichten und viel Häme und viel Spott erhältst, weil es Leute irgendwie nicht irgendwie akzeptieren können, dass du dir etwas anal einführst oder so. Ich sag dir nur so viel, auf mich bezogen, mir noch einmal, ich kann mich nur wiederholen, mir ist es wirklich, ganz kurz, mir ist es wirklich egal. Deine sexuelle Fantasie und deine Praktiken sind mir egal. Bis zu einem gewissen Punkt sind sie mir egal. Und jeder, der sich äußern wird, wollte und noch irgendwie vorhat oder was auch immer, dem sollte es in dieser Sache auch wirklich nur um dieses Kind gehen. Um dieses Kind gehen, okay? So, nicht um eine junge Frau oder sonst irgendwas, ja, es sollte nur um dieses Kind gehen. Jeder, der ein anderes Motiv hat, ja, sollte sich bitte raushalten. Wir brauchen keine Badewannenwitze, wir brauchen keine Pimmelwitze, wir brauchen keine Ahnung was für Witze. Hier geht es nur um eine ganz bestimmte Sache, um ein ganz bestimmtes Thema, das du selber angeschnitten hast. Und um nichts anderes sollte es gehen. Und ja, es geht um Kinder. Also wenn es hier um Kinderschutz geht, warum verbreitet man Nacktvideos von mir? Was ganz junge Menschen im Internet sehen können. Geht es also hier wirklich um Kinderschutz? Das ist auch schon wieder so ein Ding, das eine hat eigentlich mit dem anderen nichts zu tun. Er versucht, und das ist auch sehr schlau, was er hier tut, er versucht sozusagen, den eigenen Vorwurf beiseite zu kehren, um wieder etwas anderes in den Fokus zu rücken. Es bedeutet, er geht wieder mal nicht auf das kleine Kind ein, die Nichte seiner ehemaligen Affäre, wenn wir es mit seinen Worten ausdrücken wollen, sondern er nimmt jetzt sozusagen wieder andere Menschen als Thema in den Fokus, gibt ihnen die Schuld und versucht wiederum von sich selber abzulenken. Das ist in der Psychologie natürlich auch sehr, sehr verbreitet, aber auch darum geht es nicht. Eigentlich sollte niemand das sehen, was wir alle gesehen haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, zum Glück, ich habe dieses Silversurfer-Ding nicht gesehen und ich will es auch nicht sehen, weil es einfach nicht mein Ding ist. Ich möchte das einfach nicht sehen. Okay, so, ich verurteile dich nicht deswegen oder sonst irgendwas. Ich möchte mir das aber einfach nicht angucken, weil es ist für mich nicht relevant. So, ich bin nicht, es macht mir keinen Spaß zu sehen. Ich empfinde auch keine Häme, wenn ich das sehe. So, ich will es einfach nicht sehen, weil ich möchte es nicht in meinen Gedanken haben. Ich habe dich aber leider schon in der Badewanne gesehen, okay? Und ich habe einige Sachen gesehen, die ich nicht sehen wollte. Und natürlich werden auch andere Menschen im Internet Dinge sehen oder auch von dir Dinge sehen, die sie eigentlich nicht sehen wollten, vielleicht auch nicht sollten. Aber dieses Prinzip so zu drehen, dass es jetzt plötzlich doch nicht mehr um Kinderschutz geht, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Aber es ist natürlich Teil eurer Strategie, du und Ruth, ihr wirbelt sehr viel Sand auf, Staub auf und hofft, dass der Staub in die Augen der Menschen kommt und dass sie sich nur noch die Augen reiben und gar nichts mehr sehen und sich auf nichts mehr konzentrieren können. Und deswegen sind so eine Vergleiche auf dieser psychologischen Kriegsebene völlig legitim. Aber es sollte eigentlich nicht an dieser Stelle auftauchen. Also glaube ich nicht. Also wenn man Kinder schützen will, dann verbreitet man keine Nackt-Videos von einem bekannteren Typ, wo man das Glied und alles weitere sieht. Also eigentlich sollte man gar keine Videos, Bilder, was auch immer verbreiten, egal ob es ein bekannterer Typ ist oder nicht. Sowas hat eigentlich nirgendwo zu suchen, außer auf Seiten, in denen man sich das halt genüssig auch reinfangen kann. Ja, aber das hat ja mit dem Thema nichts zu tun. Das ist alles andere als Kinderschutz. Für mich ist das einfach so, dass gewisse Leute sich einfach an diesem Thema aufgeilen und sich eine gewisse Reichweite aufbauen möchten und sich darauf stürzen. Denen geht es um nichts anderes. Nein. Vielleicht gibt es einige, denen es um nichts anderes geht. Aber noch einmal, Sinan, ich meine, du und dein Bruder, ihr seid das beste Beispiel. Ihr seid das beste Beispiel. Auch auf mich bezogen, ich bin ja betroffen auch von euch, was ihr an Vorwürfen, Propaganda und Manipulationen mir gegenüber betreibt und immer noch betreibt und jetzt auch noch wieder betreiben werdet, weil ihr natürlich einen riesen Abtörner schiebt, dass ich mich überhaupt noch dazu äußere, aber es war mir egal. Ich nehme alles in Kauf, was ihr jetzt wieder vom Stapel lassen werdet. Bei mir geht es eben nicht darum, euch abzufacken. Mir geht es um dieses Prinzip, dass du dich diesbezüglich einfach nicht geäußert hast. Und falls es so sein sollte, ey, dann brauchen wir nicht drüber reden. Wo bleiben dann die ganzen Ehrenmänner? Let's go. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht auf jede Kleinigkeit immer eingehen kann. Ich kann nicht auf alles eingehen. Ich kann nicht immer zu jedem Kleinigkeit, der sagt was, der sagt was. Das ist hier kein Twitch-Battle. Nein, ist auch nicht so. Und du sollst auch nicht auf jede Kleinigkeit eingehen, okay? Und noch einmal, du sollst nicht auf dich eingehen, wie du in der Badewanne sitzt. Das ist deine Sache. Und du musst auch nicht auf dich und Tobias eingehen. Das ist eure Sache. Und du musst auch nicht auf dieses Metallding da eingehen. Das ist auch deine Sache. Und es wird ja wahrscheinlich noch viel mehr Material geben. Und egal, was da in Zukunft noch irgendwie auftauchen sollte, solange es praktisch auf so einem gewissen Level bleibt, dann musst du darauf nicht eingehen. Du solltest auf eine einzige Sache eingehen. Auf eine einzige Sache solltest du eingehen. Der macht eine Reaction. Ich mache mal eine Reaction. Das ist, Freunde, hier sind große Anschuldigungen im Raum, gegen die ich vorgehen muss. Gerichtlich. Jein. Es ist ein einziger Vorwurf im Raum. Es ist ein einziger Vorwurf im Raum. Und es ist das Einzige, worauf du eingehen solltest. Für alles andere kannst du dich auslachen lassen und so. Und irgendwann ist es auch nicht mal witzig. Irgendwann ist es auch nicht mal witzig. Und ganz ehrlich, ich habe auch gar keinen Bock weiter über, oder noch viel länger halt auch über dein Glied oder über irgendwas zu sprechen, was du dir eingeführt hast. Okay, es geht um eine einzige Sache, Sinan. Du hättest das Ding hier abkürzen können. Eine Sache. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und es gibt Sachen, wo der Anwalt zum Beispiel sagt, ey, dazu darfst du dich äußern. Dazu darfst du dich nicht äußern. Ich kann halt nicht in die Materie komplett reingehen und zu allem irgendwas sagen. So. In dem Sinne hat er recht, wenn es ein Verfahren geben sollte, ich weiß es nicht, ich habe keinen Einblick, es gibt Menschen, die behaupten, die sagen ja, ihr sagt nein, dann wäre es schon besser, wenn du dich nicht dazu äußerst. Aber letztendlich solltest du dich nun eigentlich nicht dazu äußern, wenn du selber Beschuldigter bist. Wenn du Beschuldigter bist, dann solltest du dich nicht äußern. Wenn du, ich sage jetzt mal, nur Zeuge wärst. Man sollte sich auch nicht äußern in der Öffentlichkeit und so. Ich habe mich auch lange, lange Zeit und auch bis heute eigentlich nicht großartig in der Öffentlichkeit geäußert. Jedenfalls nicht, was so Gerichtsgeschichten betrifft. Aber im Endeffekt ist das nur richtig und dein Anwalt rät dir das nur, wenn du Beschuldigter bist. Alles andere wäre schlau, aber ein Zeuge, der gesehen hat, dass gestern was passiert ist, der kann auch einfach sagen, dass es passiert ist, weil er wird es immer wieder sagen. Ein Beschuldigter sollte seine Klappe halten. Da hast du recht, ja. Ja, weil es läuft aktuell ein Verfahren gegen ein, zwei Leute, die Nacktvideos von mir verbreiten, gegen die Person, die die Nacktvideos erstellt hat, heimlich aufgenommen hat. Ja, da kommt nicht nur die, ähm, nicht nur die, ähm, Zivilrecht, Strafrecht, also da kommt ein großes Ding und es wird auch so sein, dass bei dieser Gerichtsverhandlung, die wird... Ja, mag ja sein, aber wenn du die, deine Ex-Affäre angezeigt hast, weil sie dich heimlich aufgenommen hat, ja, dann musst du da gar nicht großartig irgendwie dich in Schweigen hüllen. Die hat dich heimlich, angeblich heimlich aufgenommen, ja, du hast sie angezeigt und das kannst du einfach sagen und du wirst bei Gericht nichts anderes sagen und keiner kann sich irgendwie großartig darauf vorbereiten, wenn du es dann doch irgendwie sagst, weil, ähm, das weiß ja einfach die ganze, die ganze Nation. Und über heimlich aufgenommen worden sein, kann ich auch eine ganz lange Geschichte erzählen, weil, äh, ne, aus bekannten Anlass, also ich wurde auch sehr oft heimlich aufgenommen, ja. Er wird da wahrscheinlich auch öffentlich sein, da seid ihr auch gerne herzlich eingeladen, da könnt ihr hinten Platz nehmen und im Gericht beiwohnen. Wozu? Und, äh, ich werde alles, was in meiner Macht steht, natürlich dagegen vorgehen und natürlich auch, äh, so gut es geht, beweisen, dass es nicht so ist, wie es dargestellt wird. Ja, Bro, wozu? Lädst du irgendjemanden ein, da irgendwie sich in den Gerichtssaal zu setzen? Das juckt doch niemanden. Das juckt doch niemanden. Letztendlich sage ich dir auch ganz ehrlich, ich glaube, es juckt doch niemanden, ob deine Ex-Affäre dich aufgenommen hat, freiwillig, nicht freiwillig oder so, juckt doch auch niemanden. Ich glaube, es juckt doch nur eine einzige Sache und es ist alles, was jemand von dir hören wollte. Mehr nicht. Weil in den ganzen Jahren Telefonate mit meiner damaligen, äh, Bekanntschaft. Jetzt ist es eine Bekanntschaft, erst war es eine Ex-Affäre, okay. Mann, was habe ich nicht alles zu ihr gesagt? Die hat so viele Mitschnitte von mir, die hat so viele Aufnahmen von mir. Wenn es so ist, wie es dargestellt wird, wie man mich versucht darzustellen. Aber guck mal, Sinan, der Punkt ist doch der, warum sagst du, dass man versucht, dich irgendwie darzustellen? Man geht doch nur darauf ein, was du doch selber gesagt hast, okay. Hättest du bezogen auf dieses kleine Kind, auf die Nichte deiner Bekanntschaft jetzt wieder, hättest du diese Sache nicht gesagt, und es ist ja noch viel mehr Material im Umlauf, auch bezogen auf dieses kleine Kind, ja, dann wäre doch nichts gewesen, okay. Es geht doch nur darum, um nichts anderes. Meine Güte, Alter. Geh doch zur Polizei. Warum werde ich nicht angezeigt? Warum gibt es kein Verfahren gegen mich? Also ich sag mal so, ob es heute aktuell ein Verfahren gibt, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur und habe auch gesehen, dass es sozusagen Vorladungen gab aus dem Jahr 2022. 2022, es gab auf jeden Fall ein Verfahren gegen dich und sollte dieses Verfahren, und jetzt kommen wir wieder auf diese juristische Geschichte, ja, und es ist halt auch sehr seltsam, dass halt weder Sinan noch Ruth sich dazu wirklich äußern, dass es ein Verfahren gegen dich gab, ist ja wohl Fakt. Es gibt ja sozusagen die Vorladungen, es gibt ja sozusagen auch die Dame, die als Zeugin kommen sollte, du wurdest irgendwie auch vorgeladen und so. Das heißt, dieses Verfahren liegt oder lag in der Welt. Die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise irgendein Sprecher, ob das jetzt ein Polizeisprecher war oder ein Gerichtssprecher, keine Ahnung, hat sich dazu geäußert, hat bestätigt, ja, es gibt ein Verfahren gegen Sinan. Sollte dieses Verfahren mittlerweile eingestellt worden sein, dann bekommst du Sinan als Beschuldigter auch eine Benachrichtigung und dann bekommst du einen Einstellungsbescheid. Und in diesem Einstellungsbescheid steht, sehr geehrter Herr, sowieso das Verfahren gegen sie bezogen auf und dann kommt der Vorwurf, bla, 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 Paragraf sowieso, pipapo, ja, haben wir hiermit eingestellt. Nach Paragraf sowieso. Dann gibt es verschiedene Gründe, warum etwas eingestellt wird. Bruder, bitte. Okay, erzähl mir, nichts über irgendwelche Gerichtspolizei oder juristische Dinge, Alter. Wenn du diesen Einstellungsbescheid hättest, das heißt, dieses Verfahren, wenn es wirklich mittlerweile eingestellt worden wäre, dann zeig doch einfach diesen Zettel. Das Einzige, was du gezeigt hast, mit so einer stolzen Brust, war dieser läppische 2000 Euro Ordnungsgeldbescheid gegen Ali Osman. Alter, das ist doch nichts. Mann, bei meinen Vorstrafen, bei meiner Akte, bei meiner Bekanntheit bei der Polizei, wäre ich schon längst weg. Ich würde hier gar nicht sitzen und mit euch überhaupt noch reden können. So, und das ist so eine freche, vorsätzliche Lüge. Sinan, du bist hier erstmal in Deutschland. Okay? Du bist nicht in irgendeinem totalitären Staat, wo sie abends zu dir nach Hause kommen und dich aus dem Wohnzimmer rausziehen. Sei froh, dass wir alle sowas nicht erleben mussten. Okay? Jetzt sagst du also wirklich, dass wenn da was dran wäre und du gehst ja bewusst, du gehst dem Vorwurf ja auch bewusst aus dem Weg, du hast diesen Vorwurf bis jetzt, ja, nicht ein einziges Mal betitelt. Und das Einzige, was du getan hast, ist so zu tun, als wären deine Wichs-Videos in der Badewanne oder das Dildo-Ding das größte Problem in dieser Sache. Okay? Aber darum geht es gar nicht. Das bedeutet, diesen Vorwurf auf das kleine Kind bezogen, ja, egal ob zwei oder vier Jahre alt, das ist der Vorwurf. Und darauf, den hast du nicht bis jetzt nicht ein einziges Mal beim Namen genannt. Das heißt, du drückst dich davor. Okay? Und jetzt zu tun, dass du so ein krasser Gangster bist und dass du vorbestraft bist und dass du im Gefängnis warst und so weiter und so fort, ja, das mag ja alles sein. Das stimmt ja auch alles. Ich bin auch vorbestraft. Okay? Ich war auch drei Jahre auf Bewährung und so weiter und so fort. Aber Sinan, du lebst hier in Deutschland. Glaubst du wirklich, dass die Leute in der Behörde reingucken und sagen, okay, der war schon mal im Knast oder der war schon mal irgendwie verurteilt oder was auch immer. Jetzt gibt es sozusagen den Vorwurf in dieser Geschichte. Oh, jetzt werden wir den einsperren oder so. Du weißt doch ganz genau, so läuft es doch hier in Deutschland nicht. Alter! Und es ist auch gut, dass es nicht so in Deutschland läuft. Es gibt, warte mal, wie viel es gibt? Ich glaube, es gibt wenig Gründe, warum jemand überhaupt in Untersuchungshaft kommt. Okay? In Untersuchungshaft kommst du nur aufgrund von Fluchtgefahr. Das heißt, wenn man wirklich davon ausgehen muss, dass du dich der juristischen Strafe, Ermittlungen entziehst, indem du flüchtest aus dem Land, so, dafür kommst du in Urhaft und wegen Verdunklungsgefahr. Das heißt, dass du anfängst, Zeugen zu manipulieren, dass du Leute einschüchterst, dass du Zeugen bezahlst, dass du vielleicht Beweismittel verschwinden lassen kannst in der Zeit, während die Ermittlungen laufen. Dafür kommst du auch in Urhaft. aber du kommst doch nicht ins Gefängnis, weil man plötzlich sieht, dieser Typ war schon mal irgendwie im Knast und der ist hier irgendwie aktenkundig und blablabla und jetzt liegt dieser Vorwurf im Raum, ja, dafür, Digga, das ist ja wohl der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe. Ich bitte dich, wenn hier überhaupt jemand ins Gefängnis kommt, okay, sei froh, dass du keine Steuern hinterzogen hast. Dafür würden sie dich vielleicht direkt abholen, ja, aber ey, so ein billiger Versuch, Alter. Okay, also, wenn da was dran wäre an diesen Sachen, da wäre die Polizei schon längst bei mir zu Hause. Bullshit. Also, das muss euch mal klar sein. Quatsch, Quatsch, da muss gar nichts klar sein. einige, die versucht haben, sich an den Thema hochzuziehen und auch was gesagt haben, haben dann auch behauptet, ja, da läuft ja ein Verfahren gegen Sinan. Es läuft gegen mich kein Verfahren. Nein, liebe Friends, aber gegen meine damalige Affäre läuft jetzt ein riesengroßes Verfahren. Also, guck mal, schon wieder dieses Ding, sich selber hinstellen als Unschuldiger und wieder alle schuld, dieses Victim-Blaming, weißt du, so wieder diese Dame, die Ex-Affäre, deine Bekanntschaft, Ex-Freundin, was auch immer, dafür wieder so an den Pranger zu stellen, dass ein riesengroßes Verfahren läuft, ey, ja, es mag sein, dass gegen sie ein Verfahren läuft, ja, mag sein, die Bürokratie beziehungsweise die, die Juristerei in Deutschland ist halt so, okay, und wenn sie dich heimlich aufgenommen hat gegen deinen Willen, etc., pp., dann ist das im Gesetzbuch so verankert, dass du sie anzeigen kannst, dass gegen sie ermittelt wird und falls ihr was nachgewiesen werden kann, dann wird sie auch dafür verurteilt, ja, so, okay, aber ein riesengroßes Verfahren, schon wieder diese Superlativen, Alter, hör doch auf damit, hör doch auf, den Leuten einreden zu wollen, dass es ein riesengroßes Verfahren gibt, ja, und es viel krasser ist, als das, was dich betrifft, okay, das ist Psychologie, aber ey, das ist erbärmlich, das ist erbärmlich und wenn es, wie gesagt, gegen dich kein Verfahren gibt, dann hast du einen Einstellungsbescheid und dann kannst du den auch vorzeigen, weil es gab ein Verfahren. Gegen denjenigen, mit denen, die sich zusammengetan hat vor kurzem, der auch ein Video von mir veröffentlicht hat, gegen den läuft auch ein Verfahren. Wir sind also wirklich jeden rechtlichen Weg sind wir eingeschlagen, um dagegen zu wirken, um das vor Gericht zu bringen, damit das Ding geklärt wird, ja. Damit was geklärt wird? Damit geklärt wird, ob sie dich nun heimlich aufgenommen hat oder nicht oder ob der Vorwurf geklärt wird, der im Raum liegt, okay, und sich so hochzuziehen, jetzt schon seit acht Minuten, um zu erzählen, wie krass man und wie viele riesengroße Verfahren man seiner Ex-Affäre aufgebrummt hat, Sinan, deswegen sollte doch dieses Date mit nicht kommen. Aber wenn man jetzt hier ankommt mit Kinderschutz und dies und das, wofür ich auch bin, zu 100 Prozent, aber damit schützt man keine Kinder, indem man Nacktvideos verbreitet, scheibchenweise, so alle zwei, drei Monate. Also, und ihr müsst euch vorstellen, Freunde, das ist jetzt nicht, letztes Jahr kam ein Leak-Video, dann kommt nach einem Jahr, nein, es kamen wirklich alle zwei, drei Monate, irgendein Scheibchen, irgendwie ein Stückchen, also, das ist nicht schützen, das ist mich systematisch versuchen, fertig zu machen. Naja gut, von systematisch jemanden fertig machen, davon weißt du und dein Bruder ja wirklich auch sehr viel, davon wisst ihr sehr, sehr viel und, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Stein werfen, Bro, Entschuldige, dass ich ihn Bro nenne, es ist so, ich habe mir dieses Alter oder irgendwas habe ich mir abgewinnt, dafür sage ich jetzt Bro, ich bin natürlich nicht mit Sinan verwandt und will ich auch nicht sein, reicht, dass er und Roos Bruder sind. Ja, Digga, es ist, was soll ich dazu sagen? Und, da sehe ich nichts anderes drin, also wirklich, da sehe ich nichts anderes drin, wenn es wirklich um Hack geht, sag ich mal, oder um wirklich eine vernünftige Intention, dann geht man zur Polizei. Ist man, glaube ich, gegangen und wenn du eine vernünftige Intention gehabt hättest, dann hättest du dich hier hingesetzt und mit den Dingen aufgeräumt, die gegen dich im Raum liegen. Niemand interessiert sich für deinen Pümmel und für irgendwelche Dinge, die du dir einführst, okay, so, ja nee, dein Hack, brauchst du bitte jetzt hier nicht drüber reden, ja nee, du hast dem Kind auch keinen Hack gegeben in diesem Statement, okay? Fertig aus und dann zeigt man mich an, dann wird gegen mich ermittelt, dann wird das ganze Ding durchgekaut, sag ich mal jetzt auf gut Deutsch, dann werde ich vor Gericht stehen und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich die Fantasievorstellung, wie es hier, wie es im deutschen Rechtsstaat laufen sollte, wie es ganz, ganz oft dann abläuft, so wissen wir alle, also auch das ist kein Indiz dafür, dass es genauso laufen wird, ja, das ist ja auch vieler Quatsch. Aber wer geht zur Staatsanwaltschaft, wer geht zum Anwalt und versucht es zu klären? Das bin ich, ja? Du versuchst gar nichts zu klären, du zeigst Leute an und drückst Leuten Unterlassungsklagen rein, so, das ist das Einzige, was du klärst, also, Werner, was klärst du? Ich bin zu meinem Anwalt gegangen, ich gehe dagegen vor, gegen diese Nacktaufnahmen, gegen diese Vorwürfe, ja, wofür diese Personen sich auch am Ende des Tages gerade machen müssen, vor einem Gericht, nicht in irgendeinem YouTube-Video oder hier, ich mache jetzt auch mal ein Statement bei Twitch oder bei YouTube oder sonst irgendwo. Das ist alles andere als, ich mache mal YouTube. Vor Gericht stehen, ist was ganz anderes, ja? Dort werden harte Strafen verteilt für genau diese Sachen. Ja, harte Strafen für genau diese Sachen. Wir wissen doch genau, wie es in Deutschland läuft. Digga, wenn du keine Steuern hinterzogen hast, okay, dann brauchst du nicht mal mit irgendwelchen Strafen und Rechnen, Alter. Unglaublich. Und am Ende des Tages bin ich diesen Weg gegangen, ich lasse mich weder erpressen. Musst du nicht, richtig? Also dieses Gefühl, also ich hoffe, dass keiner von euch in diese Lage kommt. Ah, okay. Hast du bei mir auch gehofft, ja? Mit deinem Bruder gemeinsam? Alles gut. Ihr könnt auch nach wie vor immer noch zu mir sagen, du Vollidiot, warum hast du dich nackt bei einer damaligen Affäre gezeigt? Ja, 100 Prozent. Bereue ich zutiefst, klar. Okay, das ist ja auch okay, siehst du? Und dann wäre das Thema doch schon längst gegessen mit deinen Nacktaufnahmen. Kann ich es ändern? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur daraus lernen. Ja, also es ist wirklich für mich nicht einfach, auch darüber zu reden, weil, wenn ihr einem Menschen vertraut, so, und ihr werdet dann heimlich aufgenommen und dann werdet ihr erpresst und dann kriegt ihr Nachrichten, ihr müsst euch vorstellen, Freunde, ich liege so nachts im Bett, so, und dann kommen Nachrichten, ich mache so lange weiter, bis du dich selber umbringst. Ja, absolut nicht korrekt, absolut verwerflich, wenn sowas passiert sein sollte, dann geht sowas auch gar nicht. Was soll ich dazu sagen? Absolut nicht in Ordnung, hast du vollkommen recht, aber ja, und jetzt? Also, ist das Kinderschutz? Digga, was hat das, bring doch, versuch doch diesen Kinderschutz nicht so in den Schmutz zu ziehen, okay? Versuch nicht immer dieses Wort Kinderschutz jetzt immer, immer mit irgendwelchen Pseudobeispielen zu verbinden, dass die Leute in ihrem Kopf irgendwann denken so, ja wirklich, das geht gar nicht um Kinderschutz. Es geht gar nicht um Kinderschutz. Jetzt geht es um den armen Sinan. Bitte. Oder ist das, mich fertig machen? Also Sachen, die man differenzieren muss. Ja, und dann kriege ich zum Beispiel dieses Nacktvideo von mir, mit dieser Nachricht, ich mache weiter, bis du dich umbringst. Nicht korrekt? Und ich denke mir, ich bin baff. Ich weiß gar nicht, was geht hier ab? Ja, also das ist nicht irgendwie die Intention von jemandem, der irgendwie behauptet, ich wäre das und das. Da geht man zur Polizei. Das, alles was mit Internet zu tun hat, Videos rausbringen, das dient nur, um mich fertig zu machen. Rache, vielleicht, weil ich sie zu diesem Zeitpunkt, als wir Kontakt haben, nicht gut genug behandelt habe. Das habe ich euch im letzten Statement auch gesagt. Ich war ein bisschen assi, ich habe sie nicht zu 100% gut behandelt, das verstehe ich und das ist auch falsch von mir gewesen, klar, 100%. Kein Mensch hat es verdient, irgendwie schlecht behandelt zu werden. Okay, das ist natürlich auch schlau, dann jetzt dann doch ein bisschen so leichte Schuld auf sich selber nehmen, weißt du, ich meine, damit man jetzt sagen kann, oh, la, der ist korrekt. Darum geht es doch gar nicht. Darum geht es doch gar nicht. All das, was du jetzt hier gerade wieder gesagt hast, all das, hast du und dein Bruder, ihr betreibt das permanent, permanent auf mich, meine Frau, meine Kinder bezogen. All das macht ihr gerade selber, okay? Deswegen zähl diese Punkte nicht auf, wenn du dich selber so benimmst, okay, dann kreide da niemand anderen an, wirklich. Weißt du, dann ertrag es wie ein Mann. Aber es ist, wie es ist, ich kann es halt auch nicht rückgängig machen. Nur das rechtfertigt auch nicht, dass man über Jahre hinweg Nacktvideos von mir dafür verbreitet. Also das rechtfertigt das einfach nicht. Ja, natürlich nicht. Oder dass Telegram-Gruppen sich zusammenschließen. Stellt euch das mal vor, es werden Telegram-Gruppen gemacht und dort wird dagegen gegen meine Familie gehetzt. Sinan, dein bester Freund Flair hat eine sehr, sehr, sehr aktive und unschöne Telegram-Gruppe gepflegt, in der alles Mögliche über mich, über meine Frau, alles Mögliche sozusagen thematisiert wurde. Und du weißt davon, du bist mit ihm down, ist alles cool für euch. Es ist alles cool, solange es nicht gegen einen selbst geht. Solange es nicht dich betrifft oder deinen Bruder oder irgendjemanden, ist alles cool. Weißt du, was ich meine? Und du fängst jetzt an rumzuheulen, obwohl du weißt, dass das leider gang und gäbe ist. Überall sind das Dinge, die durchgezogen werden. Also mach nicht hier auf Unschuld, Alter, wirklich. Warum? Warum? Weil die Menschen so sind, okay? Und es sind Menschen, die sich leider so benehmen und daran kann keiner von uns was ändern. Und ist das cool? Nein, auf keinen Fall. Sollte es so eine Telegram-Gruppen geben, in denen irgendwie gehetzt wird? Nein. Weder auf dich bezogen, noch auf Ausländer bezogen, noch auf irgendwas anderes bezogen. Ihr wisst, wie viel Schmutz im Telegram sozusagen stattfindet, okay? Von meiner Seite aus, man könnte das ganze Telegram-Ding einfach komplett abschalten. Ja, natürlich. Ja, da wird so viel, so viel Dreck und auch so viele Straftaten werden auch über Telegram irgendwie auch begangen. Ja, natürlich. Aber Sinan, bitte, du weißt, wie das Spiel läuft. Du weißt, wie es läuft und du bist selber mit dabei. Du bist selber mit dabei. Hör auf damit, Mann. Ich habe was Schlimmes angeblich getan. Geh doch zur Polizei. War sie doch. Du sagst zum 50. Mal, ja, wenn du was Schlimmes passiert hast, dann geh doch zur Polizei. Sie war doch bei der Polizei. Und wenn sie nicht bei der Polizei war, hat die Polizei auf Amtswegen angefangen zu ermitteln. Es gibt doch diese Vorladungskiste, Alter. Okay? Appellier doch nicht oder, oder, wie nennt man das? Setz doch nicht auf das Kurzzeitgedächtnis, okay? Denk doch nicht, dass die Leute sich nicht mehr daran erinnern können, was vorgestern passiert ist. Es gibt oder gab ein Ermittlungsverfahren und es war bei der Polizei, ja, aber das hat mit dem anderen Rest, mit Telegram und Internet nichts zu tun, hast du auch recht. Aber dafür kann niemand was. Das wird bei uns allen, wird es immer so sein und es ist halt einfach so. Warum sitze ich noch in Freiheit? Weil du in Deutschland lebst, okay? Das ist schon mal der erste Punkt. Und weil nicht jede Straftat, nicht jede Straftat, die im Strafgesetzbuch verankert ist, führt dazu, dass du ins Gefängnis kommst. Du weißt es doch selber, wie viele Straftaten kann man begehen, ohne dass man auch nur in die Nähe des Gefängnisses gehen muss, okay? Wir erleben es jeden Tag. Bitte tu nicht so, als würde man hier bei jeder einzelnen Straftat direkt ins Gefängnis wandern. Bitte. Bitte. Es wird Adressen gelegt von meiner Mutter, meiner armen Mutter, meiner Mutter, die alt ist, schwach ist. Das ist nicht in Ordnung, Sinan, gebe ich dir 100% recht. Aber ich frage dich eine Sache. Ich wollte mich da jetzt nicht so mit einbringen, aber da wir beide so ein Ding am Laufen haben, weißt du, so kann man ja etwas auch nochmal anfügen, wenn es gerade passt. Kannst du dich noch dran erinnern? Es wird irgendwann 21 gewesen sein. Ich glaube Juli. Juli. Da bist du plötzlich nachts zu mir nach Hause gekommen. Zu mir nach Hause bist du gekommen. Und du hast ein Foto gepostet, wie du bei mir zu Hause an meiner Adresse standest. Okay? Das, was du hier anprangerst, deine Mutter hat nichts damit zu tun. Okay? Gott möge sie behüten. Ja? Und ich bin vor deiner Mutter. Respekt, alles gut. Okay? Obwohl wir unseren Beef und Rap und so und hier mit diesen ganzen Beleidigungen. Okay? Aber so als normaler Typ, der hier sitze, ich würde niemals anfangen, schlecht über deine Mutter zu reden. Schon mal der erste Punkt. Über deinen Vater genauso wenig. Okay? Aber Kollege, du standst bei mir zu Hause. Du standst bei mir zu Hause. Und weißt du, warum du mich nicht angetroffen hast zu Hause? An dem Tag hatte meine Frau eine Fruchtwasseruntersuchung. Ihr wurde eine lange Nadel in ihren großen, dicken Bauch gestochen. Man ist in die Fruchtblase meiner Tochter Amaya eingedrungen, hat dort Fruchtwasser entnommen und hat einen Test gemacht, weil man dachte, dass sie nicht überlebensfähig ist. Dann ist meine Frau nach Hause gegangen. Sie sollte sich auf die Couch legen und sich nicht bewegen. Ich war unten im Keller. Plötzlich schreibt meine Frau mir, ich verliere Wasser. Ich gehe nach oben. Die ganze Couch ist voller Fruchtwasser. Die Fruchtblase ist geplatzt. Was ist passiert? Ich habe den Krankenwagen gerufen. Ich bin ins Krankenhaus gefahren. Ich habe dort meine Frau eingeliefert. Bin danach zurückgekommen, habe Klamotten geholt, habe meinen Kindern erzählt, dass Mama gut geht und dass sie sich keine Sorgen machen brauchen und bin dann wieder zurück ins Krankenhaus gefahren. Und als ich wieder zurück ins Krankenhaus gefahren bin, welcher Schwanz stand da vor meiner Tür? Du. Du. Und Blair, dein Cousin. Okay? Das ist korrekt. Kommst du zu mir nach Hause? Wegen Rap kommst du zu mir nach Hause? Geht doch nur um Rap. Was hat meine Frau damit zu tun? Was haben meine Kinder damit zu tun? Okay? Was haben die Kinder im Bauch meiner Frau damit zu tun, während ihre Fruchtblase geplatzt ist? Okay? Muss ich jetzt hier auch den Krankenhausbericht vorzeigen, damit du mir glaubst? Oder dass dein schmieriger Rotzlöffel da wieder im Stream erzählt ist, habe ich mir ausgedacht? Ja, denn was hat das damit zu tun? Bitte Sinan, mach hier nicht auf Unschuld und auf Tränendrüse, okay? Erinnere dich daran, was du alles gemacht hast, okay? Und wenn du nichts gemacht hast, dann kannst du deinen Mund aufmachen. Also komm hier nicht mit deiner armen Mutter. Deine arme Mutter hat nichts damit zu tun, hast du 100% recht. Aber ich schwöre dir, alles, was hier passiert, ist gerade Karma. Alles ist Karma. Das ist richtiges Karma. Was für ein Zufall, dass alles, was du mir vorgeworfen hast, mit deinem Bruder zusammen, die ganze Phase 2021, noch mit anderen Leuten zusammen. Aber auch da, auf dieses Thema werden wir kommen. Ich habe ganz andere Informationen und Dinge. Mach das Thema wieder auf und dann werden wir das Ding ein für alle Mal zu Ende bringen. Aber tu nicht so und misch deine arme Mutter hier nicht ein, damit du auf Mitleid machst, okay? Du standst bei mir zu Hause. Was wolltest du denn überhaupt von mir? Was wolltest du denn bei mir zu Hause? Wo ich selber gar nicht mal wohne. Was hat meine Mutter überhaupt getan? Dass man ihre Adresse postet, dass man hetzt, ja, die Mutter wohnt da und da, die Arbeitsstelle ist von dem und dem, die dort und dort. Alles nicht korrekt. Ist das korrekt? Nein, auf keinen Fall. Ist das anständig? Nein, auf keinen Fall. Aber du bist auch nicht anständig. Gegen die Familie vorzugehen? Gegen die Familie vorzugehen. Ja, nee, du machst jetzt dieses Thema auf. Du und dein Rotzlöffel macht jetzt dieses Thema auf, auf Familie zu gehen. Ja, da will ich gar nichts zu sagen. Da sage ich gar nichts. Das ist nicht mehr wert. Also gegen mich okay. Man hat was gegen mich, man mag mich nicht. Nicht jeder muss mich mögen. Es ist völlig okay. Genau dasselbe sage ich dir auch. Gegen mich okay. Mich muss niemand mögen. Okay? Niemand muss irgendwas gut heißen. Aber gegen meine Frau, meine Kinder? Au. Gegen meine Person? Ich nehme das auf mich. Ich nehme auch alles auf mich. Ich denke, dass ich ein bisschen hartes Fell habe. Ich kann Beleidigungen entgegentreten. Das ist kein Problem. Einen. Ich genauso. Hetzjagd gegen die Familie zu machen? Hetzjagd gegen die Familie zu machen. Ja, Bruce. Lass dir das mal schön auf deiner pelzigen Zunge zergehen. Hetzjagd gegen die Familie zu machen. Tier auf dich. Klar, dieses Thema, diese Vorwürfe, die im Raum sind, das ist für einige natürlich schon, ein sehr sensibles Thema. Und ich verstehe das. Und ich finde auch gut, dass Leute genau deswegen auch Menschen schützen wollen. Ich bin auch derjenige, der direkt dabei ist, wenn es darum geht. Kinderschutz, ich bin der Erste. Ach komm, bitte. Bitte. Du raffst es noch nicht mal, dich gegen den konkreten Vorwurf hier zu äußern. Ja, seit 13 Minuten erzählst du uns, dass du der Erste bist bei Kinderschutz und deine arme Mutter und alles krass und riesengroße Anzeige. Wow. Wow. Kein Problem. Kein Thema. Aber so eine Art und Weise, also, allein, dass gewisse Leute das überhaupt behaupten, also da wird mir schlecht. Dir wird schlecht, dass man etwas behauptet, nachdem man dich gehört, mindestens gehört hat, wie du diese Sachen gesagt hast, bei denen man selber eine Übelkeit bekommt und da, wo man dir am liebsten in dein Gesicht kotzen würde, bei so einer Äußerung und die erst nicht getätigt sein sollten und die jetzt sozusagen von deinem Rotzlöffelbruder als Dirty Talk relativiert werden. Ja, dir wird schlecht, dir wird ja nicht schlecht. Das ist schon wieder der Punkt. Du bist das Opfer in diesem Statement. Bist du das Opfer? Frag mal all die anderen Leute, denen schlecht wurde. Und ich meine nicht deinen Schwanz und ich meine auch nicht den Dildo. Frag mal die anderen Leute. Frag mal all die Männer, die Väter sind und all die Frauen, die Mütter sind. Frag mal die, wie schlecht ihnen wird, wenn sie so etwas hören, was du gesagt hast und ich will das hier gar nicht wiederholen. Und ich habe die anderen Sachen auch gehört, die du auch gesagt hast und die noch nicht mal in der Öffentlichkeit sind. Da wird mir schlecht und ich wünsche keinem von euch in so einer Situation zu sein, weil die ist echt ekelhaft. Die ist wirklich ekelhaft, diese Situation. Die ist alles andere als einfach. Selbstschuld. Also, was soll ich euch sagen? Das ist wirklich, wenn ihr das Ganze mal wenn ihr das Ganze mal so ein bisschen von außen betrachtet, so wer mit wem jetzt unter einer Decke steckt, wer jetzt mit wem abhängt plötzlich, wer plötzlich gegen wen schießt. Ich würde nur an dieser Stelle sagen, ich hänge mit niemandem ab, okay? Ich habe mit niemandem was zu tun. Ich habe mit Bösemann keinen Kontakt, ich habe mit Ali Osman keinen Kontakt, außer mal auf Twitter mal antworten, dies, das, ha, ha, ha. Ich habe mit niemandem irgendeinen Kontakt, der mich davon überzeugen muss, dir schaden zu wollen, Kollege. Ich sitze hier ganz alleine, weil ich nicht zusehen möchte, wie du mit diesem Statement davon kommst und wie dein Rotzlöffelbruder seine Filme schiebt und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und einige üblichen Verdächtigen von letztes Jahr. Man kann ungefähr dann selber sehen, aus was für einer Ecke Erpressungen gekommen sind oder wie was wo sein kann. Wer wirklich ein bisschen objektiv betrachtet, merkt es auch selber. Jeder, der mich kennt, ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile sehr gut, da dich ein Asi... Ich kenne dich nicht, okay, und ich will dich auch nicht kennenlernen. Ich habe dich früher zur Eko-Zeit mal getroffen, okay, da warst du ein lustiger Typ. Alles, was ich bis jetzt oder im Nachgang von dir kennengelernt habe, sage ich dir ganz ehrlich, no hate, ich hätte auf alles verzichten können, was ich irgendwie kennengelernt habe von dir. Ich sage dir so, wie es ist, das Einzige, was ich von dir kennengelernt habe, liegt unter deiner Gürtellinie, okay, und da hätte ich komplett drauf verzichten können. Wie man ich mal bin, ja, ja klar. Da habe ich einen dreckigen Humor, 100 Prozent. Man kann ihm über jede Scheiße lachen. Das ist nämlich der Punkt, man kann nicht über jede Scheiße lachen. Okay, so, ich habe auch einen schwarzen Humor, kein Problem, okay, aber man kann nicht über jede Scheiße lachen. Ich nehme mich selbst mal auf die Schippe, ja klar, 100 Prozent. Mein Leben ist in der Öffentlichkeit seit 15 Jahren. Ihr kennt mich besser als, was weiß ich wer. Ich habe versucht, immer euch zu entertainen, immer Gas zu geben, Spaß zu haben, und ihr habt immer gesehen, wie ich bin. Ich habe nie gegen Leute einfach so blind geschossen. Hast du nicht. Einfach so blind geschossen, hast du noch nie gegen Leute. Was war mit dem Leak? Was war mit dem Leak? Was war mit dem Leak? Du hast auch etwas gegen meinen Willen veröffentlicht. Okay, das ist nicht gleichzusetzen mit den Dingen, die du über das kleine Mädchen gesagt hast. Aber du hast gegen meinen Willen Dinge von mir geleakt, Kollege, okay? Dinge, die ein riesen Theater hätten lostreten können, obwohl ich es nicht wollte. Du hast genau dasselbe gemacht. Du kannst es dir einfach nicht ausdenken. Das ist so eine Retourkutsche, Kollege, okay? Und auch das, was vor zwei Jahren passiert ist und es war nicht annähernd, nicht mal ein Prozent, auch nur annähernd mit dem zu vergleichen, was du heute an der Backe kleben hast. Weißt du, was ich meine? Ihr wart alle gemeinsam hinter dieser Aktion. Aber das werden wir auch alles Stück für Stück an die Öffentlichkeit bringen. Also komm mir nicht vom Wegen gegen deinen Willen. Komm mir nicht damit. Du hast noch niemals jemanden ohne Grund. Ich habe immer versucht, cool, relaxed. Ja, nee, er ist guter V, Mann. Das hat Schreck. Ich nehme den in Schutz, den in Schutz. Der eine war nicht gut zu mir, ich habe ihn trotzdem in Schutz genommen. Ich habe trotzdem korrekt geredet. Viele haben auch immer geschrieben, ey, warum nimmst du den in Schutz? Der war so und so zu dir, der hat so und so mit dir gemacht. Ich nehme immer in Schutz, weil ich immer an das gute Menschen glaube. Auf jeden Fall. Nur weil einer schlecht ist, muss ich nicht schlecht sein. Auf jeden Fall. Das ist ein Prinzip von mir, an dem ich immer geglaubt habe. Aber vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht war ich einfach zu nett zu gewissen Leuten und die haben Nettigkeit mit Schwäche einfach verwechselt. Und das ist sehr traurig, weil ich bin nicht schwach. Ich bin korrekt. Man kann mit mir reden. Hast du ein Problem mit mir zum Beispiel? Dann ruf mich doch an. Gewisse Leute, die im Internet reden, die haben meine Nummer. Die kennen mich. Die wissen auch einiges. Die können auch anrufen, hey, was geht ab, Bruder? Ja, okay. Jetzt sind wir in einem Teil, wo er sich als netter Schwiegersohn definiert. Verstehe ich mich schon. Also man kann immer reden. Man kann immer anrufen. Man kann fragen, ist das so, wie es ist? Ist es nicht so, wie es ist? Bla, bla, bla. Leute, haben dich doch gefragt, Sinan. Ich kenne doch die Geschichten. Okay? Nur weil ich nicht jeden Tag hier sitze und alles nach draußen posaune. Ich kenne doch die Geschichte. Nach deinem ersten Statement, was man dir geschrieben hat, ist jemand auf dich zugekommen, und hat dich gefragt, Sinan, bitte sei ehrlich, stimmt das, was dort behauptet wird? Du hast ihm Nein gesagt. Bis eine andere Person zu dieser Person gegangen ist und gesagt hat, ey, der hat dich gerade angelogen. Okay? Also tu nicht so, als würde man dich alles fragen können. Man kann dich bestimmt alles fragen, aber das Problem ist, was bekommt man für eine Antwort? Und denk nicht, weil ich nicht jeden Tag auf den Müll von deinem Bruder reagiere, schlafe ich den ganzen Tag. Weißt du, was ich meine? Man kann telefonieren, man kann immer reden. Aber einige Leute haben natürlich die Gunst der Stunde einfach genutzt, um sich einfach zu bereichern. An Klicks oder an was weiß ich nicht was. Ey, wallah Sinan, wallah. Jeder einzelne Klick, jeder einzelne Zuschauer, der hier heute in diesem Twitch-Stream ist, ich hätte mir jeden einzelnen Klick und Zuschauer sparen können, wenn die ganze Sache niemals passiert wäre mit dir und dem kleinen Kind. Glaub mir, kein einziger Klick, nichts, gar nichts will ich dafür haben. Wirklich. Oder vielleicht gab es andere Leute, die in deren Ohren gesprochen haben. Oder ich weiß der Geier. Weiß der Geier. Nur für mich ist es halt wichtig, damit ihr versteht, warum ich nicht sofort auf irgendwelche Leute reagiere, die irgendwas behaupten. Es geht nicht um irgendwelche Leute. Du hättest auf eine einzige Sache reagieren müssen, okay? Nicht auf irgendwelche Leute, die dir irgendwie schreiben, ha ha ha, dein Schwanz ist klein oder sonst irgendwas. Auf die Leute musst du nicht reagieren. Es ging um eine andere Sache. Ich darf gar nicht einfach auf irgendwelche Sachen eingehen. Weil wenn ich auf gewisse Sachen eingehe, öffentlich, kann ich damit den Prozess gefährden. Oder aktuelle Sachen können sich verändern. Ja, okay, Al Pacino. Zu Sachen mich äußere, zu denen ich mich zum Beispiel gar nicht äußern darf. Und das ist der Punkt, Freunde. Und am Ende des Tages bin ich auch kein Jurist. Ich bin kein Anwalt, ich bin kein Staatsanwalt, ich bin kein Richter. Ich kann euch nur mit meinen Worten ungefähr wiedergeben, was Sache ist. Das sind nicht deine Worte. Sodass ich 100% gegen diese Anschuldigungen vorgehen werde, dass ein aktuelles Verfahren läuft, sowohl Strafrecht auch als Zivilrecht. Und wenn dieses Verfahren dann anrollt und dieses Gerichtsverfahren dann eröffnet ist, seid ihr alle herzlich eingeladen. Nein, danke schön. Ihr könnt euch hinten im Gerichtssaal setzen und das ganze Ding mitverfolgt oder was auch immer. Dann könnt ihr selber euch ein Bild machen, ob was an den Vorwürfen dran ist. Er rafft auch eine Sache nicht. Selbst wenn er aufgrund der deutschen Gesetzgebung für gewisse Sachen niemals belangt werden sollte, dann ist das so. Okay? Noch einmal. Auch ich bin kein Richter, ich bin kein Staatsanwalt, kein gar nichts, ich will auch kein Ankläger sein. Ich will eigentlich auch mit euch, mit dir und mit deinem Bruder auch einfach gar nichts zu tun haben. Alles cool. Aber denk nicht, solltest du irgendwie durch diesen juristischen, durch das juristische Sieb durchfallen, letztendlich irgendwie, du wirst keine Konsequenzen juristisch irgendwie davon tragen, ja. Sina, du hast auch immer noch nicht gerafft, dass es hier um das Moralische geht. Okay? Es geht hier um eine moralische Instanz und das hat nichts mit Polizei, Staatsanwaltschaft oder sonst irgendwas zu tun. Aber auch das hast du nicht gerafft, Digga. Aber was erwarte ich auch von dir? Ob es überhaupt korrekt ist, einen Menschen heimlich aufzunehmen, Nacktvideos zu verteilen, im Schutzmantel des Kinderschutzes, Nacktvideos verbreiten, also, ich weiß nicht, ist das richtige Wort paradox? Wahrscheinlich, also sehr paradox. Es ist wirklich für mich unangenehm, liebe Freunde, weil ich versuche einfach nur in diesem Business Fuß zu fassen, Spaß zu haben, zu entertainen. Immer wenn etwas gut läuft, plötzlich kommt irgendein Video plötzlich. Man versucht mir zu schaden, man versucht mir systematisch zu schaden. Auf jeden Fall, Freunde, man kann ja mit diesem Material, man will dich unten halten, man will dich unten halten, man will deine krasse Karriere zerstören und bla, bitte, bitte. Das ist so dreist, dass du so ein Ding mit einer Zweijährigen im Raum stehen hast, Alter, und du wirklich nur von dir selber sprichst. Nur von dir selber sprichst. Okay? In so eine gewisse Ecke stellt, kann man ja zum Staatsanwalt gehen oder zur Polizei gehen und mich anzeigen. Hat man doch. Und die gewisse Person, die das ja aufgenommen hat, muss ich dafür ja auch gerade machen. Ja, muss sie auch. Muss sie auch. Wenn einem jemand dich un-, also heimlich aufgenommen hat, dann ja, aber ich sage dir eine Sache, Sinan. Okay, ich will jetzt hier nicht irgendwie den Anwalt spielen oder sonst irgendwas. Es ist unter bestimmten Bedingungen, ja, Voraussetzungen erlaubt, jemanden heimlich aufzunehmen und zwar aus, wie nennt man das, Selbstverteidigung zum Selbstschutz. In diesem Fall ist es erlaubt. Also sei dir nicht so sicher, dass auch diese Geschichte komplett durchgeht. Beziehungsweise sage ich dir so, wie es ist, selbst wenn deine Ex-Affäre verurteilt werden sollte, das ist nichts, worauf du stolz sein solltest. Das ist nichts, worauf du stolz sein solltest. Und dann bitteschön. Aber nein, stattdessen werden Nacktaufnahmen von mir alle paar Wochen, alle paar Monate scheibchenweise aus der Perspektive, aus der Perspektive, aus der Sicht, aus der Sicht, mal mitton, mal verpixelt, mal nicht verpixelt, hochgeladen und behauptet, man müsse Kinderschützen und verbreitet aber Nacktvideos. Aber das ist wirklich eine ganz komische, verzerrte Wahrnehmung, aber damit ist einfach Schluss. Ich glaube, der Einzige, der momentan oder gerade eine verzerrte Wahrnehmung hat, das bist du in diesem Statement und dein Bruder, der dann bei Twitch dann halt echt Sachen behauptet, da zieht es mir die Schuhe aus, Alter. Ich gehe hundertprozentig dagegen vor. Ich bin selber mit dem Anwälten und so weiter im Austausch. Die Anzeigen sind, wie sagt man auf Deutsch, geschrieben, natürlich die Anklage läuft und es müssen sich natürlich einige Leute auch dafür am Ende des Tages gerade machen. Also es ist nicht nur einfach hier Nacktaufnahmen verbreiten, dass gemeinschaftliche Erpressung, auch Körperverletzungen, Eingriff in der höchstpersönlichen Lebensbereiche fällt darunter, die heimliche Aufnahme und natürlich auch die Verbreitung und alles Mögliche. Also das ist kein Zuckerschlecken. Also das wird eine harte Nummer und wenn es dann anrollt und es ist eine öffentliche Verhandlung, wie habe ich euch ja gesagt, könnt ihr gerne kommen und euch selber ein Bild machen. Vielen Dank. Und ich werde natürlich alles dran setzen, dass das Ding ins Rollen kommt. Habe ich schon und es wird auch ins Rollen kommen. Du setzt alles daran, die Sache unter den Teppich zu kehren. Okay? Das Einzige, was du hier zugibst, ist, dass du alles an den Tag legst, um die Leute mundtot zu machen, um in Strafen reinzudrücken. Aber du machst dich selber nicht gerade. Verstehst du, was ich meine? Aber hey, wenn du das nicht musst, dann ist auch alles gut. Das ist deine freie Entscheidung. ...s Rollen kommen. Das heißt, der eine oder andere muss sich natürlich dafür auch verantworten und wird auch zur Rechenschaft gezogen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick gehabt aus meiner Perspektive. Ich konnte euch ein bisschen was erläutern. Ja, den hatten wir sehr gut gehabt. Das sagt sehr viel über dich aus. Am Ende des Tages, liebe Freunde, hoffe ich, dass ihr alle niemals in so eine Lage kommt. Passt einfach auf euch auf. Nehmt mich als Beispiel, dass ihr das so nicht machen sollt. Und, ja, was soll ich euch sagen? Es ist natürlich jetzt gerade, wie es ist. Es ist auch natürlich für mich sehr peinlich. Aber da muss ich natürlich durch und muss so gut es geht weitermachen. Ziehen wir einfach weiter durch und gucken. Ja, danke schön fürs Zuhören, liebe Friends. Wenn ihr noch Fragen habt oder was auch immer, könnt ihr gerne in der Kommentarfunktion das reinschreiben. Wenn ich dann in ein, zwei, drei Tagen mal wieder auf Twitch bin, ich werde jetzt natürlich ein bisschen runterkommen, ein bisschen. Ich muss ein paar Übungen hier noch machen, auch für mein Knie. Es ist so absurd, dass er eigentlich oder dass man von ihm erwartet hätte, dass er ein Statement abgibt, warum er ein zweijähriges, dreijähriges, vierjähriges, was auch immer altes Kind in einen sexuellen Kontext bringt. Und das Einzige, was er jetzt sagt, ist, dass er noch ein paar Übungen für sein Knie machen soll. Ich glaube, du glaubst, das ist wirklich wahr. Du glaubst wirklich, dass dein Knie wichtiger ist als das, warum du dich eigentlich hier sozusagen hättest äußern sollen. Da ist echt Hopfnummer als verloren, Alter. Das ist so krass. Das ist einfach krass. Und wenn sie 16 war, nein, 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 das ist überhaupt nicht annähernd vergleichbar. Nicht annähernd vergleichbar, aber auf so eine Dreckskommentare brauchen wir gar nicht eingehen, Alter. Ich hoffe, deinem Knie geht es gut, Sinan. Und werde dann natürlich auch bald wieder auf Twitch sein und dann können wir vielleicht auf den einen oder anderen Punkt noch eingehen. Ja, na klar. Und zwar, wie riesengroß die Anzeige ist, die du deiner Extra-Fähre aufgedrückt hast, Alter. Das wird wahrscheinlich so ein Punkt sein, auf den du eingehen kannst. Ich bin gespannt, wer neben dir bei Twitch sitzen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wer der Erste sein wird, der dann wieder neben dir auf Twitch live dabei sein wird. Seid mir nur nicht böse, Freunde, wenn ich nicht auf alles zu 100% eingehen kann, weil ich auch nicht darf. Ja. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall. Wie gesagt, es kann gut sein, es kann wirklich gut sein, dass er auf diese Kernthematik nicht eingegangen ist, weil ein Verfahren läuft. Das kann gut sein. Ich weiß es nicht. Das wäre für mich der einzige Grund, warum, wie ich mir erklären könnte, dass er nicht mit einem einzigen Wort das halt irgendwie so erwähnt hat, weil er als Beschuldigter das nicht muss. Und ich gebe euch Brief und Siegel, das Ding hat er sowieso nicht, das, was er hier gesagt hat, es kommt eh nicht von ihm. Und er hat auch nicht ohne Grund ein weißes Hemd an. Er hat auch nicht ohne Grund ein weißes Hemd an. 100 Millionenprozentig ist dieses Hemd nicht ohne Grund weiß. Ich will noch einen angenehmen Restabend und bleib bitte gesund, liebe Freunde. Danke fürs Zuhören. Gut. Das war heftig. Das war echt heftig. Das wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben und ich wollte es halt auch nochmal mit meinen Worten praktisch mal ausdrücken. Wir haben nämlich auch noch eine Geschichte hier. Wir haben wirklich eine gute Sache hier. Ich will euch noch eine Sache hier zeigen. Es gibt auch ein Video von Bösemann. Okay. Es gibt aber einen Punkt. Ich wollte mir dieses oder habe mir dieses Video angeguckt und Bösemann noch einmal wir sind keine Freunde und vielleicht werden wir auch keine Freunde. Er hat keine Sympathie für mich. Er hat mich oft als Zinker und keine Ahnung was betitelt. Das ist sein Recht. Das ist seine Meinung. Kein Problem. Ich will und muss das gar nicht mit ihm klarstellen. Das ist alles gut. Hierauf bezogen ist er einer der wenigen die viele Sachen konkret und sehr korrekt auf den Punkt gebracht hat. Das will ich an dieser Stelle schon mal sagen. Mir ist auch scheißegal mit wem er Beef hat oder was auch immer. Okay. Hier ist kein der Feind meines Feindes ist mein Freund. So ein Typ bin ich auch gar nicht. Ich beziehe mich hier nur auf die Aussagen, die er auf Sinan und Ruth getätigt hat. Ich werde dieses Video nicht angucken, weil er reagiert in diesem Video auf einen Stream von Ruth. Und ich habe gerade Ruth's YouTube Kanal gestrikt, weil er permanent und seit vielen Jahren extreme Urheberrechtsverletzungen begeht. Und dem werde ich einen Riegel verschieben. Und ich möchte ihm jetzt keinen Grund geben, dass er da wieder so einen Höhenflug bekommt und sozusagen etwas aus seinem Twitch Stream bei mir irgendwie zeigen. Ja, das werde ich nicht machen. Deswegen werde ich hier nur mit diesem Standbild kurz meine Meinung kundtun, weil ich habe dieses Video gesehen und ich habe gesehen und gehört, was Ruth gesagt hat und vor allem auch wie er über Bösemann und generell über alle Leute geredet hat, die sozusagen nicht pro Sinan sind. An dieser Stelle möchte ich erst mal Folgendes sagen. Ich fand sehr erschreckend, wie arrogant, herablassend und beleidigend sich Ruth in diesem Video geäußert und verhalten hat. Er hat Bösemann aufgrund seines Aussehens beleidigt. Okay. Er hat ihn Eierkopf genannt beispielsweise. Ich sehe das jetzt nicht als Ei-Form und selbst wenn es so wäre, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und gerade Ruth ist auch jemand, der letztendlich sich sehr, sehr vorsehen sollte, andere Menschen aufgrund ihres Aussehens zu beleidigen. Okay, das Spiel haben wir schon mal durchgespielt und das Spiel können wir auch noch mal durchspielen, obwohl ich eigentlich nicht vorhabe, irgendwie in Zukunft darauf einzugehen und ich habe auch nicht vor, Musik zu machen oder sonst irgendwas. Okay, aber bitte lass und hör auf, Menschen zu beleidigen, grundlos zu beleidigen und spar dir deine hochmütige, arrogante Art. Dieser Mensch, den du da siehst, hat in jedem einzelnen Satz eine konstruktive Kritik an dich und an deinen Bruder gestellt. Okay, er hat seine Meinung mit Fakten hinterlegt, er hat viele Sachen aus dem Sinan Statement angeprangert, wo er 100% Recht hat, er hat auch leider anscheinend viel aus der Justiz mitgenommen, wie du dich darauf eingelassen hast und wie viel Hass du einfach nur für jeden Einzelnen Hass, der sich irgendwie zu dieser Thematik äußert, das ist sehr, sehr erschreckend und du lieber Ruth bist der kleinste, größte Unterdrücker und Manipulator, den die Deutschrap-Szene jemals gesehen hat. Auch darüber werden wir bald noch vieles hören und noch viel sehen. Auch du bist nicht davor gefeilt und nur weil viele Jahre vergehen, in denen du dachtest, du hast Oberwasser und du kannst Witze über mich und über meine Frau und über meine Kinder machen, das klären wir auf einem anderen Niveau. Aber es gibt keinen einzigen Grund für dich, diesen Mann, den du siehst, zu beleidigen. Ich will nicht auf jedes einzelne Wörtchen eingehen, das du gedroppt hast. Weder hast du oder dein Bruder ihn ins Game geholt oder noch irgendwas, noch hat er dich verraten, noch hat er deinem Bruder ein Messer in den Rücken gerammt. Dieser Mann dort hat einfach nur gefordert, dass sein Bruder sich äußert zu einem Vorwurf, mit dem er nicht leben konnte und den er schon vor einem Jahr angesprochen hatte und ihr ihm eine komplett andere Geschichte erzählt habt. Punkt. Mehr nicht und auch nicht weniger. Und die Art und Weise, wie du damit umgehst, ist so verwerflich, Leute zu beleidigen, Leute zu beschimpfen, sich über seine Soldatenzeit lustig zu machen. Und was ich auch noch sagen wollte, dass du dich darüber lustig machst, wie Ali Osman Deutsch spricht, ist nun wirklich das aller aller Letzte. Erstmal, niemand von uns ist fehlerfrei, weder in seinem Verhalten noch in den Leistungen, die er jeden Tag bringt, okay? Und denk nicht, weil du in der Theorie und teilweise in der Praxis dich besser artikulieren kannst, als beispielsweise an Ali Osman, heißt es nicht, dass das, was Ali Osman sagt, auf diesen Fall bezogen nicht auch richtig und wahr sein könnte. Nur weil er statt das Video der Video sagt, oder was auch immer, nur weil er einen falschen Artikel benutzt, heißt es nicht, dass das, was er dieses Mal zu dieser Sache sagt, nicht richtig sein kann. Und diese arrogante Art, sich über die Deutschkenntnisse eines Türkens lustig zu machen ist, Schlag ins Gesicht jedes einzelnen Gastarbeiters, der hier in Deutschland gelebt hat oder immer noch lebt. Weißt du, wie viele Eltern deiner Freunde, meiner Freunde in Deutschland leben und die bis heute noch kein perfektes Deutsch sprechen können? Ihre Probleme zählen nicht, wenn eine Frau, ein Mädchen, ein Mann, alt, jung, was auch immer, irgendwo hingeht, zur Polizei, zum Jugendamt, in den Supermarkt, irgendwo anders hin und er ein Problem hat und dann aber einen falschen Artikel benutzt, ist es dann sozusagen, dann hat er kein Anrecht mehr und dann muss man ihm nicht mehr zuhören und dann muss man auch das Problem nicht mehr behandeln. Das heißt, man muss ein perfektes Deutsch an den Tag legen, damit man sich sozusagen elitär fühlt und sich dann über andere praktisch lustig machen kann. Ruth, du bist menschlich, menschlich, bist du das Allerletzte. Und du kannst mir vorwerfen, was du willst. Mir kannst du vorwerfen, was du willst. Sobald ich hier wieder offline gehe, führe ich ein Leben abseits von Rap. Ich habe schönes Wetter. Ich bin gesund. Alhamdulillah. Meine Kinder sind gesund. Ich liebe meine Frau. Meine Frau ist gesund. Meine drei Mädchen sind gesund. Ich danke Allah jeden Tag dafür, gesund auf die Welt gekommen. Und das ist das, was für mich zählt. Aber du wirst auch nach deinem Twitch-Stream genau dieselbe Bazille bleiben, die du bist, die du warst und die immer noch sein wirst. Und ich finde es so frech, mit welcher Art und Weise du über jeden einzelnen Menschen herziehst, der sich traut und wagt, diese Thematik mit dem zweijährigen Kind deines Bruders anzusprechen. Und du versuchst das richtig propagandamäßig so tot zu schweigen, so klein zu reden, so lächerlich zu machen, dass letztendlich nichts übrig bleibt und du jeden da draußen in dieser Rap-Szene vor allem dazu zwingst, nach deiner Pfeife zu tanzen. Du kannst und darfst mir nie wieder vorwerfen, dass ich irgendwelche Leute unterdrückt habe. Richtiger Bullshit, wenn ich mir das anhöre. und glaub nicht, ich habe nicht mit Leuten wie Memo von Rapcheck gesprochen und die haben mir die Geschichten erzählt und von Mr. Champagne und wie ihr ihm gedroht habt und dass du dann letztendlich über Flairs Name und über Sinans Name auch noch seinen Kanal weggehauen habt, weil er nicht pro Sinan berichtet hat. Ich habe auch meine Differenz mit Memo gehabt in der Vergangenheit. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Er kann von mir verwenden, was er möchte. Er kann berichten, wie er möchte. Okay. Und ich hoffe, dass dieser Junge sich niemals tot schweigen lässt von euch. Ja. Dass ihr niemals so viel Druck ausüben könnt, dass er irgendwann einknicken muss. Und mehr will ich auch gar nicht sagen. Okay. Dieser Typ, den du da siehst, böse Mann, ist echt ein stabiler Typ. Hätte ich nicht gedacht. Auch ich hatte meine Vorurteile ihm gegenüber gehabt. Er hat mich für eines Besseren belehrt. Okay. Noch einmal, wir müssen und werden wahrscheinlich keine Freunde werden. Aber in dieser Sache absolut Respekt. Ich ziehe meinen Hut. Ali Osman, auch ein sehr heikles Thema. Okay. Hat wahrscheinlich auch schon viel Scheiße in seinem Leben gemacht. Genauso wie ich. Genauso wie wir alle. aber auch deswegen darf man ihn nicht per se als einen Lügner betiteln, nur damit man ihn vielleicht in einer Situation, in der er die Wahrheit sagt, dann halt einfach mundtot bekommt. Okay. So. Das sind Taktiken und Methoden, die wir schon lange nicht mehr hier in Deutschland haben sollten. Okay. Du bist ganz vorne mit dabei und das ist aber deine eigene Entscheidung. So, Leute. Das war es jetzt erstmal zu diesem Thema. Was noch passieren wird, wird sich zeigen. Ich bin in dem Sinne nicht beteiligt. Deswegen werde ich mich auch nicht jeden Tag damit beschäftigen. Aber ich werde natürlich verfolgen, wie es läuft. Und Bruce wird wahrscheinlich wieder live gehen oder live sein. Er wird alles kleinreden. Er wird mich beleidigen. Er wird irgendwelche Geschichten wieder rausholen, damit er auch wieder irgendwie da wieder was vermischt. Damit das alles, was heute besprochen wurde, wieder hinterm Berg fällt. Aber noch einmal. Heute geht es um eine ganz andere Sache. Okay. So. Und ich bitte dich an dieser Stelle, habe Respekt vor meiner Frau und habe und habe Respekt vor meinen Kindern. Okay. Mach genau das, was dein eigener Bruder gefordert hat. Lass Leute raus, die damit nichts zu tun haben. Okay. Mehr will ich dazu gar nicht sagen und mehr will ich nicht fordern. Letztendlich liegt es an dir. Du wirst wahrscheinlich weiterhin auch Flares Kummerkasten bleiben. und das sind sehr, sehr turbulente Zeiten, meine Leute, Alter. Richtig krass. Aroos schläft im Karton, Elm Street, Nightmare. Aroos schläft im Karton,